Jo Leute, heute gibt es die Highlights vom Amar Cup, der vorgestern lief. Ich habe das Ganze hier mit Kata und Julian gespielt und für das, dass wir erst einen Tag davor eigentlich zum ersten Mal Trio gespielt haben gemeinsam, hat es eigentlich relativ gut geklappt. Wir haben zwar noch einige kleine Fehler gehabt, sonst haben wir early gestorben, aber in sich Late Game hat einigermaßen gepunktet und wir haben auch gut Punkte gemacht eigentlich. Und ja, da das jetzt ein bisschen Zeitdruck ist, da wir am nächsten Tag gleich die Samys hatten, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich nicht alle 10 Runden wie sonst auf ein Video zusammenschneide, sondern dass ich einfach 2 Videos mache mit jeweils 5 Runden. Und ihr könnt uns auch mal gerne rechts rum abstimmen, was ihr davon haltet, ob ich ein langes Video mit allen Runden oder 2 kurze Videos mit der Hälfte von den Runden machen soll. Ich werde jetzt mal schauen, wie das jetzt mal, also wie es diesmal ist und vielleicht beim nächsten Mal wieder so machen oder halt dann wieder so wie früher, einfach mit alle 10 Runden am Stück. Und ja, dann würde ich mir immer sagen, wenn euch so Cup-Highlights gefallen, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und meinen Support-E-Creator-Code-Magic im Eidl-Shop verwenden. Und jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Ich gehe mal spotten, ne? Ich sehe ein Team, landet vorne bei den Häusern. 1, 2, 3, 2 Teams. Ich kann ihn, glaube ich, direkt töten, wenn da oben eine Waffe liegt. Ja, ne, ne. Er geht weg, er geht weg. Zwei Teams bei den Shops vorne. Äh, bei den Häusern. Ja, deswegen Shops. Shops ist keiner, ne? Ich gehe aufs Dach drauf. Ja. Die hauen ab, die hauen ab. Ja. Ich sehe es? Einer war nicht. Einer bei mir. Knock, knock, knock. Bei mir ist 15 weit, 15 weit. Knocked. Der letzte zieht durch. Da hinten, ich sehe ihn. 40 weit. Ich bin nicht weit. Same. Mir ist ein Flanke. Minus 90, minus 90. Nice. Das ist direkt lazy. Richtig. Von der Seite kommen wir direkt motion. Haben wir ge-ge-coned? Er macht jump-head. Lazy in der Luft. Äh, minus 70, minus 70. Shield brakes. Knock, knock, knock. Was? Damit peaked unten. Damit. Die beiden haben wir gesniped. Oh, ich wurde von dem anderen gesniped. Der ist irgendwo hier. Ja, oh, er ist hier unten. Hinterm Auto oder so. Ja, ja, da unten. Hinterm Auto. Minus 37. Shield brake. Won it. Won it, won it, won it, won it, won it. Lass auf Kato. Braucht keine Hilfe für uns, glaube ich. Oder holt den anderen. Ja, er ist 10 AP. Nice, das war der. Trill crack. Reiß dich weit. Reiß dich weit. Nice. Äh, hier ist ein Gegner. Da ist da hin. Da unten sind die, ne? Das war echt die, die haben wir euch ja gesehen. Ja. Delay ist ja noch wieder gut. Spazieren. Äh, noch einer. Kickrack. Nice. Okay, bin jetzt da. Knock, 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 knock. Nice. Lass von der Seite. Äh, läuft weg. Hinter der Tanke. Mit Chili. Hier unter mir. Ja. Minus 30. Nice. Trick, crack, trick, crack. Ja, ja, noch 30 in white. Ich bin schon ein hier. Ja, und hier unten ist noch einer. Knocked, knocked. Ja, unter das Letzte. Okay, geht unter den, geht unter den. Schießt, ich komme weg. Red. 3, 2, 1, jetzt. Ah, ich weiß. Minus 60. White, white, white. Dead, 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 dead. Dead, die auch, glaube ich. Oder? Ich lande jetzt bei ihr. Ja, ich lande jetzt bei ihr. Ja, ich bin auch, ich bin auch bei dir, Kevin. Wenn's kritisch wird. Dann hast du. Let's go. Ist weg. 2, 1, go. Stinky. Ich wollte Hedgehoffs sein, ich wollte Hedgehoffs sein, ich wollte Hedgehoffs sein, von hinten. Hol ihn du hoch, hol ihn du hoch. Nates. Die trifft, die trifft. Bonus, wir fahren hoch. Okay. Ich will gut, uh. Ob die den RPGs, jetzt kommt ihr die RPGs. Ja, ich. Oh, ich hab den ihr dabei. Lol, da kommt richtig viel Jump-Hit. Geh mal auf den letzten, geh mal auf den letzten mit Flugpack. Der Sheet-Break. Knocked, knocked, knocked. Ja, ja. Ich hab, ich hab, ich hab. Wir sind so, wir müssen ein bisschen chillen. Einer kommt unter dir, in deinem Layer, unter dir. Das ist alles frittlich, Flum. Nice. Schau mal hinter dir. Hab einen genocked. Hau du mal kurz weiter, hau du mal kurz weiter. Der eine ist hier unter uns auf den Layer. Scheiß, locken. Nice. Wir müssen weiter runter, wir müssen weiter runter. Wir müssen weiter runter, wir müssen weiter runter. Connector unten, ja, nice. Connector mit oben. Außerhalb der Zone. Zwei Teams, Zone geht zurück, wir können da fighten. Schau mal, da, 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 wo ich ihn schieße. Warte, warte. Okay, wo? Da. Na, ist tot. Egal, ich hab noch einen Knock. Jetzt gleich könnt ihr anfangen double. Jump-Hit. Ich jump-Hit, ja. Mit mir decken zwei, Heet-Block, One-Shot. Das ist One-Shot, oh mein Gott. Noch einer? Noch einer, One-Shot. Komm wieder hoch. Das ist nicht meins. Bei dir. Okay, lass uns was schildern. Okay, drei, drei, zwei, eins. Ne, doch. Bauch runter. Wenn es blieb's. All fine, wir chillen. 60 Meter, Jule. Geh ein bisschen höher. Ich hab Metz, ich hab Metz, hier, komm, komm, fliegen. Was macht die? One-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot-Hot. Ja, geh. Ich hab den Grippler auch. Ich bin jetzt 54. Ich hab 700 Metz, 700 Metz. Hat Metz, nur in den Pressure. Jetzt kommen die gleich in den Bereich, wo die nicht mehr bauen können. Ich hab beide. Nice. Ich hab beide Kills sogar bekommen. Let's go. Wir müssen den pushen, der war 36. Noch mal White, noch mal White. Okay, lass drüber fahren jetzt. Pass hinten auf. Ich halte, ich halte. Na, Gott. Ich bin dead, dead, dead. Kevin, ich komm. Oh, Shield-Breakts. Ich hab beides. White, 20 White, 30 White. Red. Nice. Drei, zwei, eins, jetzt. Shield-Breakts, Shield-Breakts, Shield-Breakts. Der ist weg. Scheiß drauf. Das ist ein dummer Fight, glaub ich. Lass hier weg. Kommt direkt zu mir, kommt zu mir. Du, um vor uns zu gehen, direkt zu dir. Jo. Du hast gesehen. Wir werden jetzt holen, oder? Das sind V-Works und so. Über dir? Ja, ja. Ich krieg komplett ein Ding rein. Ich bin one-it. Ich bin auch one-it. Ich heel kurz. Mach safe. 190 rein. Warte, was das war. Minus 70. Minus 70. Der ist hier vor mir. Bei mir ist auch noch einer. Ich bin one-it. Ich bin doof. Ich habe keine Money mehr. Der ist auf mich. One-Shot. One-it anders. Ich habe den zweiten nicht getroffen. Ich bin doof. Ja, okay, sorry. Ich bin doof. Nein, nicht noch. Ich habe einen noch. Ich habe einen noch. Ich habe einen noch. Alle tot. Gar nicht gerafft. Gerade in Fight. Was? Zum Teufel. Was machen? Der geht auf Zip-Line. Break den. Break den. Break den. Ja, der ist tot. Nein, nein. Er hält. Er hält. Schieß, schieß, schieß. Vor uns, Kevin. Er lasert. Er lasert mich. Geht da unten. Ich kann ihm kaum helfen. 30 White. 60 White. Nice, nice, nice. Nice. Let's go. Finishen, finishen, finishen. Ich werde lasert. Jungs. Der ist unter mir. Der hält mich rein. Ich bin in der Airbox. Weiter, komm raus. Bei mir raus. Bin in der Airbox. Sorry. Er geht auf. One-Shot. Nice. Let's go. Jetzt, oder? 3, 2, 1. Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Alter, gerade nicht in der Airbox. Minus 30. Ich bin in der Airbox. Ich bin in der Airbox. Im Haus drin. Da kommt aus dem Haus raus gleich. Wir sind nach hinten gedippt. Denken wir. Die werden vorne reinkommen. Ja, die gehen da, da, da. Ja. Stinky, stinky, stinky. Ja, ich sehe gerade nichts. Ich sehe gerade noch nichts. Ja, und? Ja, ja, ja. Ich hätte einen. Knock, 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 knock. Alles nice, nice. Hinter uns. Unter uns. Der schwimmt weg, der schwimmt weg. Minus 30. Sheet break dead. Dead, dead. Der kam nur 2. Der kam nur noch. Der läuft direkt auf Norden. Auf der Straße jetzt. Ja, wer ist er denn? Der ist gesehen 110. Dead. Nice. Ich habe meine Harpune gejuckt. Ich würde kurz warten, dann auf pinken Marker jumpen. Das können wir auch machen, aber der hat den Grab, äh, der hat diesen Launcher. Der kann uns komplett greenen. Ja, dann soll er kommen. Und jetzt kommt der, kommt zu mir, kommt zu mir, kommt zu mir. Wir sind nicht hoch, wir kommen nicht auf Freie, oder? Ja, doch. Ich habe geplaced. Äh, ja, ist kaputt. Ja, kommen wir, ich place noch eins. Kann irgendwie zu mir? Der bloß auf Freie, komm. Ich freue mich, kann er nicht alleine halten. Ja, ja, du dringst. Ja, kann er nicht alleine halten. Ja, komm runter, komm runter. Ich komme, ich komme nicht runter. Oh, ich brauche Hilfe. Ja, komm hier rein, komm zu mir. Ah, ich werde die ganze Zeit gesprayt. Ja. Ja, ich habe vor, wir müssen aber irgendwas machen. Ich wohne aus der Zone. Same. Wow, Kevin, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Ja, hier. Wow. Ich weiß nicht, wo. Wo bist du? Ja, hinter dir. Komm runter, Logo. Ich habe zwei Wände noch. Ja, keine Wände. Ich habe 600 Mätschen, 600 Mätschen. Okay, das musst du vorbauen. Du musst auch halten. Ich wohne. Ja, wir müssen weg hier. Ich mache kurz Jumped einfach. Ich mache Jumped. Weiß nicht, ob das klug war. Ich der war in Zone. Das war absolut nicht klug. Ja, was? Warum ist so ein Edit, Bro? Ich muss so selbst rein. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Dritter Platz, alles gut. 1-100 wieder. Der Maniac, die sind alle bei mir. Ich habe Double RPG. Hab einen, hab einen, hab einen. Okay. Welchen? Welchen? Hier, hier, hier. Ich mache Rockets drauf, chill. Beide Crack, beide Chief Crack. Rockets kommen. Bei Kevin, ja. Bei Kevin, der ist low. Einer, einer. All fine. 30 White. One it, dead. Kein Schuss mit der Waffe, Leute. Warte mal, lass einfach da auf die Seilbahn hoch. Ja. Obwohl, ne, ich glaube, da gehen die jetzt hin. Wir gehen auf die hier drauf, komm. Ja. Ja, die sind Akku, glaube ich, oder? Nee. Nice. Wollte ich nochmal ganz kurz so anmerken. Jumped kommt, best, ne? Chipwreckt. Won it, won it, won it, won it. Der hat knocked. Nice. Der will rein. Oh, nee, der hat er weggefinisht. Hier rechts, hier rechts bei mir. Ja. Oh, okay. Bist du bei mir? Ja, ich komme zu euch. Ich bin mit mir, Dick. Der hat mich angekommen. Mach dich raus. Ja. Oh, was? Oh, du kannst nicht. Hey, das ist safe. Okay. Rechts unter der Diving. Da legt Stuff aus, ab der Zone rechts. Oh, dieses Wasser. Bist du fein? Äh, ich weiß es nicht. Komm. Okay, ja. Oh, ich bin im Sack. Kevin ist fein. Nee, ich bin nicht selber. Guck mal. Ja, ja, bei dir. Lockdown, genau. Bin durch. In der Box. In der Box. One shot. Nice. Geh im Finish, geh im Finish. Und macht Splashies. Ja. Alles. Andere Box. Ich baue, ich baue, ich baue. Geh, geh zu Jolan. Ich baue dir. 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 Ein, der Slow. Ich treff nicht. Ich muss nachladen. Oh, was? So laggy. Nice. Er kann nochmal Splashen. Da sind sie auch wieder am fighten. Ich treffe den Staff. Du bist cool, der Metz. Ein paar. Probier Piggy. Er ist nicht bei ihr. Eine Box anzubauen. Piggy? Jetzt hast du zehn Metz. Zehn Metz. Der neben rechts. Du musst da. Metz vielleicht. Egal. Na egal. Nice gespielt. Er ist schon drin. Lauf hinten raus. Probier. Alle drei hier. Boah. Der. Eine mit neun, leider. Ich hab nur ne rausgemacht. Ich war gesniped. Ich bin jetzt. Die kommen jetzt rein. Ja. Aber keine Metz. Keine Ahnung. Ich hab nichts mehr. Nice. Nice. Bin ich. Ich hab bin ich. Ja. Bis bald. Bis bald. Bis bald.